Und bei mir im Studio ist jetzt Dr. Guido Steinbeck. Er beschäftigt sich intensiv mit islamistischem Terrorismus bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Willkommen hier bei Welt. Und wie plausibel ist es für Sie, dass der IS hinter diesem Anschlag steckt? Nun, zunächst einmal gibt es eine Bekennung der Organisation, und zwar von einer Medienstelle, die eindeutig dazugehört. Das kleine Problem ist, dass in dieser Meldung der Medienstelle überhaupt kein Insiderwissen enthalten ist. Allerdings gibt es Informationen aus den USA von amerikanischen Diensten, die ja schon vor längerer Zeit vor einem Anschlag des IS gewarnt haben. Und zwar vor einem Anschlag des IS-Afghanistan in Russland. Und die Amerikaner gehen ganz fest davon aus, dass der IS-Afghanistan hier verantwortlich ist. Und wenn sich die Informationen bestätigen, dass hier Tadjiken mitverantwortlich waren für diese Tat, dann ist das noch ein Hinweis. Denn in Afghanistan sind sehr viele Tadjiken im IS organisiert. Welche Informationen hatten denn die USA, die Moskau womöglich nicht hatte? Nun, wir wissen, dass die Amerikaner Anfang März insgesamt ihre Bürger in Russland davor gewarnt haben, dass ein Anschlag von Extremisten bevorstehen könnte. Es war ganz schnell klar, dass es ihnen um den islamischen Staat Afghanistan ging. Die Amerikaner sagen auch, dass sie die Russen informiert haben. Aber durch diese öffentliche Warnung der Amerikaner, selbst wenn die Amerikaner keine Details geliefert haben, waren die Russen gewarnt, sie hätten eigentlich diese Information auch an ihre Bevölkerung weitergeben müssen. Sie haben aber gesagt, das sei eine Provokation. Das war offensichtlich ein schwerer Fehler, für den jetzt Leute bezahlen müssen. Welche, das muss man jetzt ja wirklich in Anführungsstriche setzen, welche Gründe hat denn der IS, Afghanistan Russland anzugreifen? Bisher waren ja eher westliche Staaten, westliche freie Staaten wie die USA die Zielscheibe. Der IS, Afghanistan, der handelt immer noch in Einklang mit der Zentrale der Organisation, die ja weiterhin im Irak und in Syrien sitzt, die auch in anderen Ländern präsent ist. Und Russland ist Feind unter anderem, weil Russland in Syrien seit Jahr und Tag auch den IS bekämpft. Und ich glaube, dass darüber hinaus ein viel wichtigerer Grund, dass es jetzt Moskau getroffen hat, ist, dass der IS, Afghanistan, dort ganz einfach Anhänger hat. Er hat viele Zentralasiaten in seinen Reihen, vor allem Tajiken, aber auch Usbeken und Kirgisen. Die sprechen in der Regel russisch. Und es gibt eine große zentralasiatische Diaspora in Moskau. Er hat also dort die Möglichkeit, Leute mit Waffen auszustatten, die die Stadt kennen, die die Sprache kennen, die Anschläge verüben können. Das hat er in der westlichen Welt nicht. Und das dürfte der Grund dafür sein, dass hier Moskau das Ziel wurde. Und erleben wir jetzt womöglich auch eine andere Art des Anschlags. Bisher waren es ja oft die Selbstmordattentäter, die dann eben als Märtyrer sterben wollten. Das war in diesem Fall aber anders. Da sind die Täter geflüchtet nach dem Anschlag. Ja, das ist richtig. Das ist durchaus auffällig. Aber wir haben beim IS in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Anschlagsformen erlebt. Er hat nicht immer auf Selbstmordattentate gesetzt. Aus meiner Sicht dominieren hier doch die Parallelen zu Anschlägen in der Vergangenheit. Ich glaube, dass der IS Afghanistan hier etwas verüben wollte, was so etwa den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 gleicht. Vor allem dem Anschlag auf das Konzert im Bataclan, dass die Täter nicht bereit waren, Selbstmord zu begehen. Das ist eine Besonderheit. Aber das wird in der Regel auch der Anschlagszelle überlassen. Sagt Guido Steinbeck von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Studio. Das ist eine Besonderheit.